Ein paar mal gesagt, dass da so ein paar ekelhafte Stellen kommen hier in der Burg und auch später noch auf der Insel und ich denke mir schon, dass ich da dann noch etwas häufiger sterben werde. Hi! Okay, einen zwischendrin mal mit der Pistole erledigen. Wieder kein blaues Auge. Mist. Schnauze! Weg da! Raus hier! Mein Häuschen! Oh, shit. Ah, Mist. Ich wusste es. Hoppala! Jetzt hab ich schon wieder mein Steam-Overlay angemacht. Sorry, das wollte ich gar nicht. Ah. Hängt er jetzt in der Zelle fest? Ey, Gigante? Äh, ja. Hass-Gegner hast du schon... Ne, dann Hass-Gegner habe ich sogar schon zweimal erledigt. Den trifft man zweimal im Dorf. Einmal ganz am Anfang. Ziemlich am Anfang. Und einmal nochmal, wenn man sich entscheiden muss, welchen Weg man geht. Und wir sind beide Wege gegangen. Erst die Kettensägen-Mädels und dann nochmal El Gigante. Und ja, hier in der Burg. Ich freu mich schon drauf. Aber die sind nicht so schwer, wenn man weiß, wie man es machen muss. Ha! Diesmal nicht, du Drecksack. Ich lass mich nicht mehr als einmal von dir meinem Kopf kürzer machen. Irgendwie logisch. Shit! Jetzt haben wir ein Problem. Garador? Die sind doch easy. Also Garador finde ich jetzt nicht so schlimm wie... Ey, Gigante oder... Die Viecher hier. Also die Viecher hier sind so mit Abstand so ziemlich meine absoluten Hass-Gegner eigentlich. Garador finde ich harmlos. Den habe ich... Ohne einen einzigen Treffer zu kassieren... Äh... Platt gemacht mit vier Schüssen. Aus der Sniper-Rifle. Aber ich weiß, welche Stelle du meinst, wo da noch kommt. Die Stelle freue ich mich auch schon. Die wird interessant. Aber das dauert noch ein bisschen, bis wir da hinkommen. So! Hallo Fallweil! Hehehehe! Ich mag nicht. Wenn ich da jetzt dran sterbe, ne? Dann kotze ich ins Essen. Ich glaube, von Garador bin ich bisher erst ein einziges Mal geköpft worden. Seit ich Resident Evil jemals gespielt habe. Also Resident Evil 4. Oh, ich hasse diese Stellen, Leute. Ich hasse sie so sehr. Vor allem die da vorne. So, also. Entweder wir sind gleich tot und können alles nochmal zum dritten Mal machen, oder... Wir schaffen's. Ich trau mich fast nicht loszulaufen. Oh! Ich hasse diese Teile. Bin sauschlecht in sowas wie Timing oder sowas. Ach, Gott sei Dank haben wir das jetzt hinter uns. Gott sei Dank ist das jetzt vorbei. Munition? Na, immerhin. Ach, Gott sei Dank, ey. Ah, Kollege Wurst. Leise, leise, wie die Waldameise. Dich möchte ich erschießen. Alter, wahr? Es darf doch nicht wahr sein. Warte, Moment. Ab Checkpoint. Das versuchen wir nochmal. Dreimal daneben holzen. Ich glaub's ja nicht. Hi, Roa. Schön, dass du auch hier reinschaust. Hab dich ja schon lange nicht mehr gesehen, mein Junge. So, versuchen wir gleich nochmal hier. Kopf ab. Und. Hallo? Warum treffe ich den nicht? Das gibt's doch nicht. Jetzt. So. Okay. Jetzt haben wir noch ein paar Gegner da unten. Ja, doch. Vor zwei Tagen erst. Hab ich zuletzt gestreamt. Aber. Oh, oh. Ah, lass los. Dem Lack. Vor zwei Tagen, da hab ich den ersten Resident Evil 4 streamen gehabt. Aber, ja, hast recht. Ansonsten hab ich verdammt lange nicht mehr gestreamt gehabt. Spinell, Spinell. Alter, Pfoten weg. Mann. Such jemand anderen, den du da angrabbeln kannst. Sag mal, wie viele sind denn hier drin geblieben eigentlich? Das ist ja der Wahnsinn. Oh, oh. Pfoten weg. Ich warne dich, Freundchen. Oh, tolle. Voll daneben geholzt. So, jetzt wird's aber wieder Zeit für Pistole. Okay, jetzt dürften wir eigentlich Ruhe haben, oder? Ich hoffe doch. Gut. Einiges an Kohle bekommen. Schroze laden wir auch nochmal durch. Aber wir haben nur noch drei Sniper-Schuss. Das ist nicht so gut gerade. Äh. Als nächstes. Nach oben. Genau. Nach oben. Da wird man mich loben. Ich hoffe doch. Hä? Äh. Hä? Ach, Quark. Was mache ich denn? Ich muss ja rüber springen. Erstmal. Erstmal rüber springen. Hoppala. Fängt schon wieder ordentliches Schütten an bei mir hier. Ich habe mich gerade ein bisschen gewundert, was da die ganze Zeit so vom Hintergrund rauschen ist in meinem Kopf. In meinem Kopf vor allen Dingen. In meinen Ohren meine ich eigentlich. Noch mehr Geld. Noch mehr Edelsteine. Und nun? Ach ja, genau. Wieder darüber. Ist ein Hin und Her hier. Aber jetzt kann ich das Hebelchen drücken. Gut. Ich habe zwar keine Ahnung, wofür man das braucht, aber naja. Da ist die Maske. Gut. Jetzt können wir den Stein auch mal einfassen in die Maske. Rein damit. Und das auch. Leider haben wir kein blaues Auge gefunden. Für diese Lampe hier. Nur ein grünes und ein rotes. Das Doofe ist, man findet nur maximal zwei blaue Augen im gesamten Spiel. Einmal hier und einmal an einem späteren Punkt. Da man aber zwei Lampen findet, nützt es einem nicht sonderlich viel. Also eine muss man dann ohne blaues Auge verkaufen. So. Rüber da. So mein Lieber. Erzähl mir was Schönes. Was hast du? Die können wir wegtun. Die ganzen Granaten. Acht Spinels. Wow. Grünes Auge. Naja gut. Ich tue mal zwei weg. Wir werden zwar später nochmal wieder welche finden, aber... Naja. Den können wir auch verkaufen. 60.000. Nice. Das hier. Feuerkraft. Wichtig. Feuergeschwindigkeit können wir mal noch lassen. Das ist noch nicht so wichtig. Schrotgewehr. Ladegeschwindigkeit. Auch nicht so wichtig. TMP. Ladegeschwindigkeit. Feuerkraft. Okay. Gut. Dann haben wir das Wichtigste wieder aufgerüstet. Feuerkraft und Kapazität sind am wichtigsten. Ladegeschwindigkeit und Feuergeschwindigkeit kann man auch ein bisschen vernachlässigen. Ach, jetzt sind wir hier. Hätte ich vorher speichern sollen? Äh. Weiß grad nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß genau, wo wir sind und was auf uns zukommt. Dafür bräuchte ich nur leider etwas mehr Stummgewehrmunition als ich habe. Haben wir noch was zu mixen? Nein, haben wir nicht. Oh, wir haben nur noch einen Heilgegenstand. Scheibenkleister. Das ist nicht so gut. Vor allem nicht hier. Wenn ich mir jetzt schlecht anstelle, sterben wir hier gleich wieder. Du hast die TMP in Resident Evil 4 noch nie benutzt? Okay. Ähm. Ja, auf einem leichten Schwierigkeitsgrad finde ich sie auch überflüssig. Aber spätestens auf Profi bist du dankbar, wenn du sie hast. Weil es gibt schon um einiges mehr Munition für die TMP. Hi, Puzzles. Auch wieder da. Freut mich. Notiz des Kastellans. Mitglieder der Familie Salazar sind seit vielen Jahren Kastellane dieser Burg. Meine Vorfahren haben jedoch eine dunkle Vergangenheit. Vor langer Zeit gab es eine religiöse Gruppe namens Los Illuminados, die ihre Wurzeln in dieser Gegend hatte. Der erste Kastellan beraubte sie ihrer Rechte und ihrer Macht. Als Anhänger der Religion, als Achter Kastellan fühlte ich mich verpflichtet, für diese Sühne zu büßen. Die beste Buße war, denen die Macht wiederzugeben, den wir sie einst entrissen haben, den Los Illuminados. Es dauerte eine Weile, aber es gelang uns, die einst versiegelten Las Plagas zu verjüngen. Durch diesen Erfolg war ich der Aufwehrweckung der Los Illuminados einen Schritt näher. Ich ließ die Las Plagas aus den Tiefen unter dieser Burg los und gab sie Lord Saddler, um für die Sünden meiner Armen zu büßen. Aber auch, weil ich wusste, dass der Lord die Macht besser nutzen und die Welt retten würde. Alle Sünder durch die Macht der Las Plagas retten und ihre Seelen läutern, auf das die Welt ohne Sünder seien. So wie es sein soll. Die Geläuterten sollen Gernados werden und so den Sinn des Lebens erfahren. Und wenn der Lord die von ihm erträumte Welt erschaffen hat, sind die Sünden meiner Familie gesühnt. Naja, da hat wohl jemand eine sehr verschobene Weltanschauung. Wie sieht's hier aus? Beschissen sieht's da aus. Ja, 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 ja. Alter, wie viele andere Schützen sind da denn? Okay, er hat uns nicht getroffen. Das ist gut. Zwei Schuss haben wir noch. Oh. Okay, jetzt ist unser Sturmgewehr leer. Das ist nicht gut. Ah, ein Heil-Item. Wo rasselst? Wo rasselst? Ich seh nix. Oh, da. Sehr gut. Ich glaub, es ist einer hinter uns, oder? Das hörte sich sehr nah an, gerade. Oh, schön viel Munition hier drin, gerade. Huh. Wo kommt das denn her? Ach, von da oben. Stimmt, da oben ist ja auch noch ein Abschnitt. So, da war leider nix drin. Ähm. Hm. Wir nehmen mal gerade die TMP. Sie sind ja auch noch ein Kind. Wie steht denn der TMP? Vielen Dank.